So, heute ist Ausflug, 1. Mai, auf den Hundevorführplatz in der Wüste Nei. Adele mit ihr, die Jungen, unsere Tierschutzbeauftragte Frau Holmer und alle sind dabei. Alle Wurzis, wo sind die Wurzis, wo sind die kleinen Wurzis hier? Ja, komm mal her, alle schnell, 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 schnell. Hey, heute erster Leingang. Klappt schon ganz gut. Wir werden sehen, was rauskommt. Haben sie auch alle. Also ein bisschen zu lau machen, da ist die erste Badeanstalt. Mal sehen, wie sie sich da machen. Da können sie ja mal da reichst du heranschleißen. Dann wollen wir mal schauen. So, und jetzt Wettrennen. Wer ist die schnellste? Frau Holmer gibt ihr letztes. Okay, wir sehen uns nachher auf YouTube. Mit Würde. Mara Gott.